Hallo, ich bin Manuel Koch und ich bin Mobile Reporter. 2012 steckte ich im Hurricane Sandy in New York fest und mir gegenüber stürzte eine Hausfassade ein. Als Journalist wollte ich darüber berichten, aber ein Kamerateam hatte ich nicht. Deswegen habe ich meinem besten Kumpel ein iPad in die Hand gedrückt, das war der Start als Mobile Reporter. Wenig später liefen die Bilder dann bei N24 hoch und runter und später wurde ich auch noch live über das iPhone per Skype geschaltet. Heute sind die Smartphones noch viel besser und bieten sogar HD-Qualität. Mit einem einfachen Schnittprogramm kann sogar der Laie das Material bearbeiten. Das ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Videos zu machen. Und diese Videos eignen sich zum Beispiel für interne Kommunikation, für Videobotschaften, Social-Media-Kanäle oder die Webseite. Im ersten Teil des Kurses zeige ich Ihnen, wie Sie selbst richtig drehen, wie Sie sich ins richtige Licht setzen und gebe Ihnen Tipps für hochwertige Videos. Natürlich erkläre ich Ihnen die Technik und zeige Ihnen, welches Equipment Sie dafür brauchen. Im zweiten Teil des Kurses zeige ich Ihnen dann, wie Sie mit einem einfachen Schnittprogramm dieses Material bearbeiten können. Mit wenig Aufwand erzielen Sie große Erfolge. Nehmen Sie Ihre Videos selbst in die Hand. Ich bin Manuel Koch und helfe Ihnen gerne dabei. Also, Take It Plan des Kurses. Zurück Ihr toutes digit heated. Und da geht es doch. Ja're ich habe, Isn't Mom Oswald gearbeitet. Und da ge loro am besten. Und da geht es doch. Ich bin deven jurisd offices inücklich. Das ist doch einfach. Vielen Dank.